Hallo liebe Fendes und Fantasines, äh, Fendinnen, Quatsch, Freundinnen, so ist das. Jawohl, guck, ich sitze hier in meinem Capriolette und das ist blau, stahlblau, hab ich mir extra ausgesucht. So, und jetzt hab ich mir gedenkt, die, die das Ding schieben müssen, ja, wie mein Herrscher und mein Fräulintchen, die können nicht einfach in Rot und Orange und Gelb und Grün da rumlaufen. Nein, wer die Hände an meines Capriolettes macht, der muss in blau angezogen sein. Jawohl, das passt nämlich dann, das ist dann systematisch richtig so in Ähnung. Verstehe ich? Ja, das ist wie bei der Polizei. Ja, die haben ein blau-weißer Auto und sind blau angezogen. Und hier ist das ein blaues Capriolette mit weißem Hund und blauer Montur. Ja, Uniform, äh, Kleidung. Jawohl, egal wie man es nennt, so ist das richtig. Und nur in blau angezogener Montur dürfte man mein Capriolette jetzt schieben. Ja, und dann hätte ich noch gern, das wünsche ich mir, ich muss immer bei die, bei die Dings gucken, in die, in die Handy oder in die Tablet, ob ich mir ein, ein blaues Licht für die, für die Dach bestellen kann. Ja, dann macht das dann so, wie bei der Polizei. Ja, alle, alle Wichtige, äh, haben so ein komisches Ding da oben drauf. Ja, ha, 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 brauche ich jetzt, ah, ja. Das macht dann aber Spaß. Obwohl, pff, mein Band geht ja demnächst wieder. Da bräuchte ich ja eigentlich das Capriolettes nicht. Dann wär's ja eigentlich wurscht. Na gut, ich übernehme mir das noch mit dem Licht, ne? Vielleicht ist es schon nicht notwendig. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss, euer Merlin.